hallo meine saftigen freunde und herzlich willkommen zu diesem mehr oder weniger kleinen vampirism tutorial wir sind hier auf unserem server und haben einige coole mods dabei und eine coole davon ist eben vampirism und ich habe schon vor einiger zeit mein tutorial dazu gemacht da war es in der 112 in der singleplayer welt das war relativ cool aber wir sind hier eben auf einem server können die mod in aller pracht quasi genießen und ja ich will heute einfach mal in einem rutsch durch erklären was wir so können als vampire was wir können als jäger und so weiter ihr seht unten in der leiste da diese einteilung von den kapiteln das heißt wenn ihr euch für irgendwas interessiert wenn ihr ein bestimmtes item nachschauen wollt oder so könnt ihr dahin skippen allgemeine infos was gibt es dazu sagen es gibt halt die vampire und die jäger und die vampire sind eben die nacht aktiven wesen so wie ich jetzt hier gerade einer bin und die jäger müssen halt die vampire jagen töten und ausrotten die meisten von euch werden wahrscheinlich vampire sein wollen wenn sie diese mod spielen deswegen werden wir auch die vampire als erstes hier behandeln im video und danach die jäger die vampire haben nur vorteile außer dass sie tagsüber verrecken das ist der einzige nachteil und je nachdem wie man das halt sieht hat man dann einen gewissen nachteil eben tagsüber wenn man jetzt etwas bauen will oder so aber ich vermute die meisten von euch wollen vampire sein und daneben die nacht durchschlafen in einem sarg und dann halt einfach hier sein ist halt einfach viel cooler übrigens falls euch wundert warum da unten links liegestützt steht wir sind gerade im stream und wir haben als challenge jeden tag 100 liegestützt wir haben jetzt schon 43 geschafft und wir werden nachher noch ein paar weitere machen dass wir da die 100 voll kriegen bevor es 12 uhr ist gut was passierten so in der welt ihr werdet nachts wie zombies und skelette vampire antreffen die können hier manchmal rumrennen ich kann jetzt mich auch in eine federmaus verwandeln weil ich schon ein sehr geskillter vampire bin ich werde es wahrscheinlich nicht direkt ein vampire sehen wahrscheinlich vorführeffekt man kennt ihn aber die können halt manchmal spawnen und vor allem in vampire wäldern das sind diese dunklen wenn ihr da hinkommt kriegt ihr auch ein advancement und ja da rennen eben ganz viele vampire rum und auch vampire barone die ihr dann auch später für die mod braucht jeweils als vampire oder als jäger jetzt kriegt natürlich die credits für meine level so sieht es aus an sich wenn ihr ein vampire tötet bekommt ihr meistens oder ab und zu die zähne von ihm gedroppt die säen habe ich sie denn hier empfehlen genau diese dinge hier vampire fang also die reißzähne von einem vampire und dann könnt ihr daraus ein buch kraften also ein buch und diese zähne ergibt eben diesen guide und da steht alles drin was ihr wissen müsst ihr habt hier alles drin ist halt auf englisch und deswegen mache ich mal das video als erklärung und als anwendung auch falls die mod noch nicht so gut kennt dass ihr mal seht was da alles möglich ist wenn ihr von einem vampire gebissen werdet oder ihr mit diesen zähnen rechts klickt dann könnt ihr ein effekt bekommen der heißt irgendwas mit sanguinare vampire ist oder sowas also das heißt ihr werdet ihr seid infiziert und ihr werdet euch bald einen gruseligen vampire verwandeln wenn ihr das nicht sein wollt wenn ihr jäger werden wollt könnt ihr zu einem hunter trainer gehen den findet ihr manchmal in dörfern ich hatte hier drüben ein das ist so ein haus wie dieses alte 1 12 war große haus da hängt auch an der tür so ein schild dass da eben so ein vampire jäger meister wohnt und wenn ihr da rechtsklick auf ihn macht könnt ihr geheilt werden und ihr seht es jetzt geht gerade der mond unter das heißt die sonne geht gleich auf und dann werden wir hier schön viel damage kriegen als vampire an sich könnt ihr euch auch natürlich impfen lassen vor diesem vampire gedöns da kommen wir aber nachher zu wenn wir zu den huntern gehen dieser effekt hält ungefähr drei in game tage an und dann werdet ihr ein vampire so wie ich es jetzt bin als erstes was euch auffallen wird sind eure augen das heißt ihr bekommt ein neues gesicht und ihr könnt es auch auswählen wenn ihr in den einstellungen genau da könnt ihr hiermit select skills das habe ich jetzt auf p gelegt ist glaube ich sogar standard eben eure skills euch anschauen und hier könnt ihr euch auch euer gesicht customizen mit den augen und den zähnen und die augen leuchtend machen oder nicht je nachdem wie ihr das wollt so genau jetzt wird es tag das heißt mein bildschirm wird sich jetzt gleich gelb einfärben und ich werde schaden bekommen dann seht ihr es gleich einmal warum das eben kacke ist als vampire ab wann ich glaube ab 6 uhr genau jetzt kommt dieser gelbe rand das heißt ihr sollt euch schleunigst ins dunkle begeben und jetzt bekommen wir gleich damage zack genau ist nicht viel wenn ihr aber nicht so viele herzen habt wie ich dann ist es halt gar nicht geil wir bekommen auch einen übelkeit effekt hier und so weiter wieso krieg jetzt kein damage mehr keine ahnung aber ihr solltet dann eben reingehen oder unter irgendwelchen blöcken stehen dann seid ihr schon mal safe so ich glaube nie es liegt auch schon im bett das heißt wir rennen auch einmal hoch beziehungsweise wir brauchen kein bett mehr weil wir tagsüber schlafen so wie jetzt das heißt wir brauchen einen sarg und da kann man sich eben reinlegen das heißt einfach ein deckel zu und dann könnt ihr hier den tag skippen danke nils fürs schlafen im normalen bett könnt ihr zwar auch noch schlafen aber es bringt euch nichts weil die nacht ist halt euer tag so macht das sinn also wenn ihr dann ein vampire seid dann habt ihr unten hier diese durst dinge anstatt den hunger kolben ihr müsst jetzt trinken statt essen so wir gehen jetzt einmal kurz auf die jagd und suchen uns was essbares dazu eignet sich so ziemlich alles außer untoten viechern also kühe schafe so sachen hippogreife von der ice and fire mod genau sobald ihr euer sobald sich euer faden kreuz in dieses symbol dings hier verwandelt wisst ihr könnt davon trinken und dann drückt ihr einfach die taste die hier als zack blatt gekennzeichnet ist das heißt blut saugen das heißt wir können jetzt einmal diesen hippogreifen ja ausnuckeln und ihr seht unsere hunger kolben haben sich aufgefüllt er kriegt ein bisschen damage wir müssen aufpassen dass kühe und villager und so sich nicht in vampire kühe und villager verwandeln aber den stelle ist kein problem da ihr könnt dann auch später ist schon ein kleiner life hack ein mit einer glasflasche das machen in der hand die glasflasche halten und dann trinken dann füllte diese flasche auf und ihr könnt diese flasche dann auch in einen tank leeren den habe ich tatsächlich bei nils stehen das heißt wir fliegen einmal kurz in unseren vampire turm der große hier haben wir alles drin stehen und dann haben wir eben quasi wie das essen dabei die sterben instant hippogreife ach so okay die kann man anscheinend nicht austrinken das jetzt wäre zum beispiel so ein vampire tank und da kann man auch mit v sich voll stopfen mit blut dann haben wir hier noch diesen stuff der erkläre ich jetzt einfach als erste was ihr braucht ist eben ernährung also hunger durst und ihr könnt hier in diesen blood grinder essen reinlegen ihr könnt den auch mit einem hopper befüllen und dann müsste das ganze durch ein sieb durchjagen das habt ihr auch alles hier im buch bei den blöcken seht ihr das einmal wo ist es hier blatt gründer und blatt sieve seht ihr auch hier die kraft rezepte könnt ihr alles mit jii angucken muss jetzt hier nicht zeigen und dann macht ihr eben noch so einen tank drunter den ihr dann auffüllt und den könnt ihr noch einfach mitnehmen ist er jetzt voll oder leer also der ist voll den nehmen wir jetzt mal mit und immer wenn wir halt durst haben stellen wir den hin trinken da kurz was und dann passt das ach so der ist sogar auch voll sah nur komisch aus okay dann ist ja gut zum leveln als vampire ihr müsst einfach diesen altar hier bauen das ist der altar auf inspiration können wir hier auch schauen nicht das ding einfach ein bisschen glaseisen und dann habt ihr diesen altar und da könnt ihr eben mit den flaschen oder mit diesen bottichen hier den einmal auffüllen mit blut und dann darauf rechts klicken und ich kann jetzt nicht mehr benutzen ich bin max level 14 ist das höchste und dann könnt ihr euch da bis level 4 hochleveln dann ab level 4 braucht ihr den verbesserten altar das ist der hier hinten da müsst ihr jeweils eine nicht diese pure blood dinger doch eine pure blood bottle rein machen und je nach level das wird euch dann auch anzeigen was ihr da rein machen müsst noch ein vampire buch die bekommt ihr auch von vampirern und so und findet ihr manchmal dungeon chests das sind diese dinger hier und wenn man alles drei hier rein macht kann man eben ein level aufsteigen so und er wird euch auch immer anzeigen wie viel ihr braucht falls ihr es auch nicht wisst steht es auch hier bei vampire leveling und dann hier irgendwo wo steht der spaß irgendwo hier ist eine tabelle da genau also ihr braucht die struktur punkte da kommen wir gleich zu und dann eben dieses pure blood und da gibt es eben verschiedene stufen dieses pure blood bekommt ihr von den vampire baronen die ihr im vampire wald findet hier ist einer der ist level 5 sogar jawohl also so sehen die aus die sehen relativ normal aus solange sie nicht angry sind und jetzt packen wir mal unser krasses vampire schwert aus und kleppen den weg das heißt wenn wir dem zu nahe kommen wird er zum vampire das heißt er kriegt zähne und er sieht uns und jetzt wird er wütend jetzt können wir einmal kurz zur vorführung den vampire rage aktivieren und den typen vermöbeln ihr seht auch oben wie viel herzen der hat und ihr seht wie viel schaden ich krieg und na komm herr kollege ja hat ihm nichts gebracht also wenn ihr ein vollgelevelter vampire seid seid ihr ziemlich op und da bekommt ihr eben dieses pure blood von den typen genau so dann würde ich sagen fliege ich einmal wieder zurück wird es eben das pure blood dann braucht ihr außerdem noch diese struktur um diesen altar das heißt ihr könnt diese altar pillars kraften und mit gold blöcken füllen kann man die auch wieder rausnehmen eigentlich ja tatsächlich und dann bekommt ihr quasi diese struktur punkte die ihr dann braucht für die level stand ja auch im buch mit drin und ja gold bringt eben die meisten level ihr macht diese steinsäulen und den altar tipp oben drauf alles rein rechtsklick drauf und dann bekommt ihr ein level mehr dann können wir nämlich unsere skills auch resetten ich habe jetzt alle punkte ausgegeben wir machen das jetzt einmal kurz sind es wieder nur level 13 und wenn ich das jetzt rechts klicke hier ist alles drin was ich brauche dann geht es hier auf diese altar tipps drauf und dann bilden sich diese roten strahlen lasern uns weg und dadurch steigen wir eben immer mit dem vampire ein level auf genau ähm ansonsten diese herzen die ich da benutzt habe die spawnen bei den hunter genau kommt noch eine kleine explosion jetzt sind wir wieder level 14 hier diese herzen bekommt ihr von hunter die spawnen immer bei den zelten die manchmal rumstehen werdet ihr sehen also ab und zu seht ihr die halt rumstehen und da könnt ihr die hunter dann fahren die spawnen auch immer wieder neu müsst ihr euch keine sorgen machen dass ihr mal keine hunter mehr habt irgendwann ähm ich glaube da hinten waren welche aber ja ansonsten würde ich sagen schauen wir uns mal die skills an jetzt wird es schon wieder tag hier da würde ich sagen gehen wir einmal kurz schlafen in unserem schönen sarg hier gibt es eben diese verschiedenen pfade bei den vampieren gibt es auch sehr viel mehr skills als die ähm bei den hunters hier gibt es eben keine ahnung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bräuchte man schon für einen pfad und man hat eben nur insgesamt 13 punkte zum vergeben deshalb müsst ihr gucken wo ihr eure punkte rein investiert so nils hat auch geschlafen vielen dank dann zeige ich euch einmal noch kurz ein hunter das heißt wir können uns hier als erstes diese vier könnt ihr euch nicht aussuchen night vision natürlich wichtig wenn wir bei nachts noch rumrennen dann haben wir eine regenerationsfähigkeit und den bad mode regenerationsfähigkeit einfach kurz gezeigt ihr könnt hier diese eine ups taste drücken die findet ihr auch hier wieder ähm das ist die use actions taste ich habe es auf f5 gelegt könnt ihr machen wie ihr wollt und dann habt ihr dieses rad und könnt ihr eins auswählen regeneration ist klar bekommt ihr regenerations effekt und ihr müsst es auch immer anklicken und dann seht ihr habe ich jetzt regeneration aber ich bekomme auch übel durst ihr seht die blutdinger hier gehen richtig schnell runter und dann könnte ich mich auch zu einer federmaus verwandeln habe ich mir eben auch auf die maus gelegt wie das geht kann ich kurz zeigen er gibt ein command ein slash vampirism bind action und dann eins oder zwei ihr könnt zwei machen und dann eben was ihr machen wollt vampirism bad ist eben der bad mode und wenn ihr dann diesen key drückt könnt ihr euch immer in federmaus und zurück verwandeln wie ihr wollt hui hui da sind diese so sehen diese zelte da aus mit einem kleinen campfire vorne dran man kann nicht drin schlafen also müsst ihr nicht versuchen und ab und zu spawnen hier eben die jäger die ihr dann fahren könnt für die herzen wir gehen jetzt mal den linken fahrt ab vampire rage habt ihr gerade gesehen das war das dass dieser bildschirm rot wird und man übel viel damage macht sehr praktisch könnt ihr eben auch offen diese hotkey dinger legen und dann das machen dann ihr macht eben mehr schaden und bekommt glaube ich weniger sogar oder ne doch man macht einfach nur mehr schaden aber man braucht auch mehr hier blut dann genau das hier erhöht den biss schaden und man kann mehr blut saugen ist auch praktisch und dann kommt hier dieser spaß einmal der finisher das heißt alles was kein vampir ist und unter 25 prozent seines lebens hat ist one hit mit einem vampir schwert und so ein vampir schwert habe ich zum beispiel hier gerade ausgerüstet können wir gleich mal ausprobieren wir haben hier haben wir hier ein freiwilligen gut die ist auch so one hit weil das schwert op ist aber auch jetzt zum beispiel wir spielen mit ice and fire so ein drache wenn der unter 25 prozent leben hat ist er halt one hit mit einem vampir schwert das ist schon ziemlich 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 geil was haben wir noch das dark blood projectile das ist auch cool probieren wir gleich mal aus der blatt chart nach so genau da kann man diese schwerter wieder auf auffüllen und der freeze das zeige ich euch einmal kurz wir können jetzt hier mit unserem blut wenn ich jetzt f5 drücke warte wo war der charge shift rechts klick jetzt seht ihr die blutpartikel und wir haben das ding bei 83 prozent und jetzt können wir das eben aufladen und ihr seht unser durst hier geht weg und unser schwert fühlt sich auf wir sind bei 90 jetzt halten wir es gedrückt rechts klick und ihr seht diese blutpartikel die das ding aufladen wir kriegen jetzt richtig gut durst hier aber jetzt haben wir es aufgeladen 100 prozent und jetzt können wir diesen kanister hier hinstellen ups einmal kurz draus süppeln und sind wir dabei also das ist ziemlich praktisch die vampir schwerter kann ich auch mal kurz zeigen seht ihr auch hier in just enough items einmal der hart seeker den stellt ihr her aus einem stick und zwei blood infused ingots beziehungsweise die verbesserte version aus diesen enhanced ingots da braucht ihr ein purity 5 blut und eisen dann bekommt ihr die dinger und dann gibt es noch den hart striker da braucht ihr dann die 4 von den dingern dann haben wir jetzt einmal noch das dark blood projectile und den freeze das zeigen wir jetzt einmal kurz nils du bist jetzt kurz unser test objekt wir machen einmal kurz unser projektil das ist auch das was die barone machen wir können jetzt auch mit flash vampirism bind action zwei die statt dem rage das projectile machen und dann kann ich mit all zwei das ding schießen und natürlich auch mein schwert wegschmeißen klar und eben nils damit abschießen ziemlich cool ich mache aber lieber wieder den vampire rage und dann haben wir noch den freeze ich weiß nicht was der für eine range hat wir gehen einmal kurz zu nils hin und schauen ob wir den einfrieren können ja sieht so aus als wäre eingefroren wir haben den cooldown immer also die krassen fähigkeiten haben auch immer cooldowns so jetzt haben wir es wieder genau jetzt haben wir ihn eingefroren ähm jetzt steht er hier ziemlich blöd rum wenn ich jetzt mal haue ja also es hält nur kurz an feinbar bin ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so krass ähm ja abfahrt so jetzt müssen wir schnell schlafen gehen da gibt es auch einen nützlichen skill und zwar ähm finden wir den hier reduce sun damage oder hier den sunscreen den machen wir uns einmal kurz da können wir uns nämlich einfach einen sonnenschirm machen ich stelle mich jetzt mal hier hin ich warte jetzt einfach bis es mich aus dem genau you cannot fly at daytime jetzt wird es eben tag und jetzt können wir das nicht mehr machen wenn wir uns einmal den sunscreen anschalten kriegen wir keinen damage der hält kurz an ähm ihr seht es hier ein paar sekunden haben wir jetzt zeit hier rum zu rennen und wir können uns zwar trotzdem nicht verwandeln in irgendeine fledermaus aber wir sind zumindest vor der sonne geschützt das ist schon mal recht praktisch was haben wir noch wir haben hier einmal die den bad swarm der ist ziemlich cool da können wir nämlich wenn wir eine federmaus sind ähm einfach rumfliegen und dann eben hier einmal diesen schwarm machen und dann haben wir ganz viele federmäuse und können damit die hunter verwirren natürlich sollte ich jetzt das schwert nicht in der hand halten damit diese blutpartikel nicht spawnen und ja also es ist relativ schwer und setzt hier zwischen den anderen zu unterscheiden wenn man keine spielernamen an hat und als spieler haben wir hier durch dynamic surroundings auch noch diesen atem effekt der fällt natürlich auch auf aber an sich ist es eine ziemlich coole Funktion hier haben wir eben noch zwei sachen einmal reduce sun damage also dass man allgemein weniger bekommt oder water resistance das ding ist wasser macht einen schwächer das heißt bei regen oder im wasser selbst ist man als vampire schwächer wird hierdurch eben äh wieder entfernt ziemlich praktisch das bringt es jetzt nicht so doll wenn man den sonnenschirm hat dann passt das und dann haben wir hier noch den frugal vampire das heißt wir haben weniger durst unser ähm ja unsere bluttropfen hier gehen langsamer als runter das ist auch ziemlich praktisch so ihr seht jetzt schon wir haben alle skill punkte verbraucht das heißt wir müssten jetzt hier ähm die resetten und neu anlegen aber ich zeig euch jetzt einmal kurz wie das alles funktioniert das heißt wir machen die nochmal dann gehen wir jetzt hier nochmal runter und als nächstes kommt disguise das heißt ihr könnt euch ähm zu einem nicht vampir machen und dadurch eben mobs oder spieler verarschen ja ähm dann machen wir schalten wir die hier noch kurz frei und dann würde ich sagen gehen wir auch nochmal hier kurz den pfad durch aber wir machen jetzt erstmal den hier fertig also das zeige ich euch einmal ganz kurz ihr macht das einmal an und dann habt ihr in eurem Gesicht wieder die normalen Augen und nicht mehr die Vampir Augen wenn ich das wieder okay es hat einen kurzen es hat eine Dauer also ihr seht es das lädt sich so auf ähm hält nicht ewig und ihr könnt es auch wieder abschalten und dann habt ihr wieder euer Vampir Gesicht ja und ihr könnt dann eben auch bei den Huntern vorbeilaufen die greifen euch ja nicht mehr an weil sie euch für einen Menschen halten ziemlich praktisch müsst ihr halt wissen wenn ihr Multiplayer spielt wie wir auf dem Server und andere nicht wissen dass ihr ein Vampir seid könnt ihr das eben anwenden um die zu verarschen oder so keine Ahnung Damage Schlitter das ist einmal so eine ähm Fähigkeit dass wir weniger Damage einfach kriegen muss ich einmal anklicken genau jetzt kriegen wir so ein bisschen dieses Slowness Ding aber wir kriegen halt weniger Schaden ist glaube ich ziemlich geil wenn man das in Kombination mit dem Raid spielt weniger Schaden und mehr machen kann gut sein gegen Drachen kämpfen und so ein Stuff stelle ich mir gut vor und dann haben wir noch Invisibility das ist dasselbe wie bei den Huntern da kommen wir nachher zu die haben auch eine Fähigkeit dass man unsichtbar werden kann das heißt wir können hier einmal kurz zick uns unsichtbar machen ich weiß nicht ähm Nils bist du grad da kannst du mal kurz sagen ob ich für dich sichtbar bin nur die Rüstung ah ok also dann bringt es der nicht so doll wenn man die Rüstung sieht ok ähm dann schauen wir mal weiter das wäre eben das ich finde tatsächlich die letzten Skills die jetzt hier jeweils am Ende sind gar nicht mal so krass der Freeze war nicht so heftig und Invisibility auch nicht dann könnt ihr euch hier einmal permanent Jump Boost oder Speed geben Speed würde ich empfehlen Jump Boost nervt nur und dann haben wir hier einmal Blood Vision dann haben wir hier einmal Avoided by Creepers sehr angenehm und ja würde ich sagen Speed Boost ist logisch wir haben einfach Speed 2 oder was wird hier nicht mal als Effekt angezeigt aber wir sind halt übel schnell dann das nächste war ja Blood Vision da können wir einmal auch mit dem Hotkey die Sicht umschalten das ist hier unten Switch Vision einmal mit N können wir eben unsere Sicht so unscharf machen und jetzt können wir aber in Höhlen die hier sehen und wenn wir jetzt einen äh der Vampir wird uns sogar auch in Weiß angezeigt ähm die Federmäuse ich bin jetzt mal gespannt wie Hunter angezeigt werden oh hier haben wir was Rotes das ist ein Hase genau weil wir aus einem Hasen trinken können deshalb werden die rot angezeigt und je näher wir rankommen desto normaler sehen die auch wieder aus das da hinten scheint das scheint Hunter zu sein genau ne Villager die können wir eben auch austrinken also was man trinken kann ist rot was nicht ist halt weiß so kann man zum Beispiel dann auch Drachen sehen wenn man die Eisenfire Mod mit dabei hat gut mit N können wir das Ding wieder ausschalten dann sehen wir wieder gescheit perfekt ähm avoided by Creepers sehr sehr cool ich leg zu dem Creeper hin und er rennt vor mir weg wie vor einer Katze ultra angenehm also wenn ihr eine Fähigkeit wollt dann nehmt die das ist schon Grund genug alleine Vampir zu werden ähm das war das dann haben wir hier einmal Garlic Blood Vision da würden wir dann die Hunter sehen weil die eben den Knoblauch im Blut haben oder den Nebel im Vampirwald die Entfernung vergrößern weiß nicht ob das jetzt so bringt würde ich jetzt nicht machen ich würde das hier mal nehmen und dann haben wir noch Teleport ich glaube das ist auch ziemlich cool das mache ich mir auch mal kurz auf einen Hotkey wenn ich jetzt einfach mal nach da hinten schaue zu dem Ding ne 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 ok ja ok also das ist schon ordentlich schauen wir einmal kurz wenn wir N machen ja na tatsächlich also wir sehen hier einen Hunter in grün weil er eben das Knoblauch Blut hat wenn wir das ausschalten sieht er wieder normal aus genau und es wird Tag das heißt ganz schnell nach Hause fliegen könnt ihr euch eben raussuchen was ihr da cool findet meine Empfehlung ist auf jeden Fall der Avoided by Creepers der Vampire Rage und der Sunscreen beziehungsweise ja doch Sunscreen Speed da ist man dann ziemlich gut dabei aber das hier hat das hat mir auch gefallen der Blood Charge je nachdem wenn ihr mit anderen Mods spielt wo es krassere Schwerter gibt dann bringt euch dieses Vampir Schwert hier nicht allzu viel aber ansonsten wenn ihr einfach sneakt und rechts klickt mit dem Schwert macht um es aufzuladen ist es schon praktisch hast du so viele Herzen ach ja genau gut dass du es ansprichst Adbasch danke ich habe einmal diesen Odin Ring der gibt mir viele Herzen 10 Stück aber als Vampir hat man auch generell mehr Herzen da bekommt man nochmal die extra oben drauf ich bin jetzt nur Level 12 deswegen habe ich nicht so viele aber maximal habt ihr dann 18 Herzen wenn ihr ein Stufe 14 Vampir seid Odin Ring ist von Botania wenn ich dazu auch mal ein Tutorial machen soll sagt Bescheid es gibt noch diese Umhänge die sehen hier so ziemlich cool aus aber am Ende sind die nur wie ein Optifine Cape und ersetzen eure Chestplate deswegen finde ich die ja ziemlich kacke Nils schreibt schon mach also dann machen wir bald noch ein Botania Video ok ähm dann fragt ihr euch vielleicht wie wird man wieder normal dazu braucht ihr eine ähm ein Altar auf Cleanseeing heißt der der sieht so aus der steht manchmal in Villager Dörfern beziehungsweise steht auch in normalen Dörfern äh also manchmal gibt es halt ein Haus da steht das Ding drin ich crafte es jetzt einmal kurz genau wir können jetzt hier hingehen und wir werden sterben und all unsere Level verlieren wenn wir jetzt ja nicht mehr Vampir sein wollen zack ich bin jetzt ein Vampir Level 0 ich bin jetzt hier noch mit Doomstone dabei das heißt ich kriege ein Graves Key sehr chillig das haben wir unseren Stuff wieder ein und ihr seht es unser Vampir Schwert ähm bringt uns jetzt nichts mehr can only be used by Vampires das heißt als Vampir kann ich mit dem Schwert alle wegrasieren aber als normaler Mensch beziehungsweise als Hunter eben nicht mehr ähm was ich auch nicht erwähnt habe dieses Trained 100% wenn ihr das Schwert craftet seid ihr ziemlich kacke das heißt ihr müsst es erst ein paar Mal benutzen ein paar Mops damit killen und dann werdet ihr damit richtig OP so also das wäre es dann mit dem Schwert soweit gewesen wir sind jetzt wieder ein Normalsterblicher ihr seht es die Zahl über unserer Hotbar ist weg und wir sind jetzt eben ein Hunter und ich würde sagen alle die im Chat sind wir machen jetzt einmal für die 14 Level Vampir 14 Liegestütze einer wenn ihr euch dazu entschieden habt doch ein Mensch zu bleiben und Vampir Jäger zu werden dann kommt jetzt der Part des Videos der für euch interessant wird um damit anzufangen müsst ihr euch erstmal impfen ja nicht gegen Corona sondern gegen Vampirismus das heißt wir brauchen eine Spritze hergestellt aus zwei Glas und einer Glasscheibe und die müssen wir mit Knoblauch füllen diesen Knoblauch findet ihr ebenfalls bei den Vampirtrainern eben hier bei diesen guten alten 1-12er Häusern die haben die hier außen an der Seite wächst da manchmal Knoblauch impfen könnt ihr euch an so einem Injection Chair findet ihr auch in diesem Haus von dem Typen oder ihr stellt ihn her ähm wo ist das Crafting Rezept hier oben bisschen Eisen, Wolle damit es gemütlich wird und eine Glasflasche und dann macht ihr einmal rechtsklick drauf bekommt ein Gifteffekt also der Impfstoff kann Nebenwirkungen haben ich habe jetzt ein Hydra Herz dabei ähm viele sind schon dran gestorben ich sag es mal so ich habe es jetzt überlebt und ich bin jetzt ein Hunter Level 1 ihr seht es hier und ich kann mich auch wieder vom normalen Brot ernähren die Waffe der Jäger ist der sogenannte Steak also nicht das Steak in Fleischform sondern der Starke das ist das Ding hier einmal zwei Sticks und eine Holzplank dann bekommt ihr so einen Holzstümmel und damit könnt ihr eben Vampire abstechen und ihnen das Herz rausrammen so ähm bringt es jetzt nicht allzu viel weil ich noch nicht gelevelt bin aber das macht ihr dann und wenn ihr damit Vampire tötet das steht auch wieder hier übrigens alles in dem Guide drin dann bekommt ihr ein Vampir Blut von denen und das braucht ihr jetzt eben zum Leveln ihr braucht insgesamt 18 Stück und wenn ihr eben ein Vampir getötet habt mit dem Steak den letzten Hit mit dem Steak machen dann bekommt ihr eins 18 Stück braucht ihr um zu leveln wir nehmen jetzt einfach mal ein paar mit und suchen uns einen freiwilligen Hunter wenn ihr dann bei einem äh so im Zeltlager seid und einen normalen Hunter findet dann könnt ihr auf den rechts klicken ach ich bin jetzt nicht in der Kolonie von Nils Moment ich muss hier einmal kurz eine Kolonie löschen also wenn ihr dann nicht mehr in irgendeiner Kolonie rumsteht könnt ihr auf die rechts klicken und die verlangen jetzt dieses Vampir Blut hier eben und ihr könnt von euren Vampir Freunden ausgelutscht werden das kostet euch eben Hunger und dann müsst ihr ständig wieder essen und dann lutschen sie euch weiterhin aus sehr nervig deswegen bleibt am besten Vampir ja so die ersten Level können wir eben so machen ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr 1 2 3 damit es für alle Level reicht 18 braucht er eben insgesamt zack jetzt sind wir Level 3 und jetzt bildet er eben 12 Flaschen sind wir Level 4 und jetzt sagt er uns er kann uns nicht mehr weiter trainieren das heißt ey ähm wir können jetzt hier die ersten 3 Skillpunkte vergeben wir haben jetzt hier als erstes statt der Nachtsicht haben wir ähm die Fähigkeit jeden Vampiren zu töten der unter 35 Prozent seines Lebens hat mit einem Steak wir haben schnelleren Attack Speed ist auch ganz angenehm und wir können den Hunter Weapon Table benutzen was das ist kommt mir gleich zu für alle Level die dann eben über 4 rausgehen bis Level 14 braucht ihr diesen Hunter Research Table den findet ihr auch bei den Vampir Trainern wie immer in den Dörfern der steht da einmal rum und ihr könnt ihn auch selber craften der ist relativ easy einfach nur ein Buch Zähne Kogoblauch und so ein Tisch und dann habt ihr den dort müsst ihr dann die immer die Sachen rein machen die ihr euch hier angibt das sind Bücher Vampir Zähne ähm die Pure Blood Dinger also dasselbe wie bei den Vampir Ritualen und die Vampir Bücher die braucht ihr hier genauso wie bei den Vampiren das heißt ihr braucht 10 Bücher insgesamt für jedes Level 1 zig Vampir Zähne holt euch da ruhig ein paar ran also 2 Stacks sehr sehr gut dabei so viel braucht ihr jetzt nicht aber 2 Stacks ähm ja sind schon nötig ich habe hier jetzt eben noch ein paar Bücher ich hole mir jetzt einmal kurz den Rest aus dem Creative Mode zack und dann machen wir uns so ein Hunter Intel für Level 5 das brauchen wir immer wir können jetzt auch nicht schon mehrere craften wir machen immer nur das für die nächst höhere Stufe das heißt wir müssen jetzt wieder in Survival jetzt in der Stufe 4 haben das Intel für Level 5 und jetzt brauchen wir eben einmal so einen Advanced Hunter ihr findet in Dörfern manchmal diese Häuser von diesen Advanced Huntern hier sind wir jetzt in einem Spruce Dorf Seite 1.16 haben sie eben auch für die höheren Dörfer bzw. 1.14 für die anderen Dörfer eben auch noch ähm diese Häuser eben außen dran wächst der Knoblauch und innen drin findet ihr diesen äh Hunter Trainer zusammen mit dem Stuhl wo ihr euch impfen könnt mit einer Kiste wo ein bisschen Loot drin ist ganz schmackhaft ein paar Bücherregale und auch dieser Tisch wo ihr euch diese Dinger craften könnt wir gehen jetzt zu dem hin der will jetzt noch Eisen von uns wir haben hier natürlich ähm genug drin und dann will er noch so ein Hunter Intel Level Up also als Hunter zu leveln ist ein bisschen nerviger als als Vampir wir sind jetzt Level 5 und jetzt könnten wir uns hier einen weiteren ähm mit einem Vampir Buch für Stufe 6 craften und so weiter und dann immer die Bücher craften diese Intels zu den Typen gehen manchmal will die auch noch Gold haben und dann auf Level wenn ihr zu faul seid gebt ihr einfach ein Command ein bei den Huntern der erste Skill den wir uns anschauen ist einmal der Disguise Effekt dann gibt es noch hier jetzt dann zweimal diese Auswahl da kommen wir jetzt aber gleich zu Disguise relativ easy ähm ist ein Effekt mit dem ihr euch unsichtbar machen könnt dann wird euer Bildschirm einmal so schwarz und gegnerische Vampir Spieler können euch nicht mehr sehen auch nicht mehr die Rüstung ähm die sehen nur noch Partikel von euch das ist richtig praktisch für uns jetzt nervig weil wir diesen Schnauf Partikel haben vom Atem aber an sich sehr sehr nützlich gegen wenn ihr Multiplayer spielt dann ist dieses Ding sehr sehr gut der einzige Trick wie ihr dem umgehen könnt ist die Hitbox genau ihr schreibt es gerade schon in den Chat dann seht ihr das immer noch aber das ist halt dann Hard Cheating ich kann das aber glaube ich sogar ausschalten Reduce Debug Info aber ich glaube das ist nicht das hat nur mit damit was zu tun was die Chords angeht genau ich glaube ne doch damit kann man die auch nicht mehr sehen Outplayed Nils ich hab dich outplayed ich hab dich so outplayed das lassen wir jetzt an Chords könnt ihr immer noch sehen wenn ihr Minimap benutzt also soviel zu dem Disguise Effekt jetzt jetzt kommt der krasse Shit also wir haben hier die Crossbows und einmal noch die ähm den Attack Cooldown noch mehr verschnellern denn der wurde ja hier oben schon verschnellert aber hier geht es jetzt eben noch mehr könnt ihr euch eben aussuchen ich zeige euch mal eben die Crossbows was der Attack Cooldown angeht das ist denke ich selbst erklärend die stellt ihr an diesem Ding hier her da habt ihr quasi ein Crafting Table nur halt in Krasse eben ihr müsst den auch mit Lava befüllen das heißt mal Lava 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 genau und das packt ihr hier einmal rein klub und wenn ihr jetzt rechtsklick hier drauf macht früher wurde das hier angezeigt dass jetzt Lava drin ist haben sie jetzt irgendwie rausgenommen keine Ahnung aber ihr braucht manchmal Lava für manche Rezepte ich zeige euch jetzt einfach mal hier die ganzen Sachen ihr könnt eben diese Crossbows hier herstellen das ist noch der einfache der ist relativ lame der Double Crossbow verschießt halt zwei Pfeile logisch doppelt für diese Crossbows ich habe die mir jetzt hier einmal alle hergeholt die verschiedenen Stufen ähm die hochgelevelten kann ich eben nicht benutzen weil ich die nicht freigeschaltet habe und die Double It habe ich eben auch noch nicht freigeschaltet die hole ich mir jetzt mal würde ich sagen das heißt wir haben den hier hier ist jetzt die Frage holen wir uns Enhanced Crossbows oder Enhanced Weapons ähm ich mache jetzt einfach mal Enhanced Weapons dann bekommen wir Zugriff für diese komischen Äxte ähm das heißt wir können hier den immer noch nicht benutzen aber wir können die Raid Death Mode danke Äxte die Dinger hier benutzen und die macht mehr Damage gegen Vampire stellt man auch in dem Hunter Table her könnt ihr euch eben auch immer die Skills dafür anschauen und die sind ziemlich OP die haben auch einen Cooldown wie so eine Axt manchmal rennen auch diese normalen Hunter damit rum aber es gibt von anderen Mods deutlich stärkere Waffen ich bin da jetzt kein Fan von für die Crossbows braucht ihr auch Crossbow Pfeile das sind einmal die Dinger hier stellt ihr einfach her aus einem normalen Pfeil den könnt ihr umwandeln oder ein Stick und ein Eisen das ist quasi so ein Bolzen dann und jetzt haben wir die normalen die Vampire Killer Ähm Arrows die killen sofort jeden Low Level NPC nicht die Spieler leider ähm stellt ihr eben auch in diesem Tank Dings daher braucht auch Lava und dann haben wir den Spitfire da braucht ihr einmal so ein Chemical Fire da kommen wir gleich zu da braucht ihr dann diesen ähm Cauldron für so wenn wir jetzt hier einmal mit schießen dann seht ihr verbrauchen sich die Pfeile hier und wir können schießen die schießen auch relativ schnell schneller als die Vanilla Crossbows und mit dem Double It können wir eben zwei Pfeile auf einmal schießen ach Nils hat hier ein Loch rein gemacht ach er hat hier nur aha Nils du Hund also damit können wir halt einfach zwei Pfeile verschießen ähm wir können auch mal mit den Chemical Dingern schießen die brennen quasi und erzeugen dieses Feuer das macht Blöcke nicht kaputt aber Vampiren macht das Schaden kommen wir aber nachher nochmal zu genau die Enhanced Crossbows können wir jetzt auch schon benutzen weil wir die ähm ne warte wieso können wir die Enhanced Crossbows benutzen das wundert mich jetzt gerade den Technology kann ich nicht benutzen aber den Enhanced kann ich benutzen wieso kriegt Nils kein Damage dann gibt es noch Enhanced Armor Technology und eben diesen How to Use a Stake die Enhanced Armor daraus könnt ihr euch sehr sehr starke ähm Rüstung eben craften für Hunter ist ziemlich gut gegen die ganzen Vampire da und Nils könnt ihr damit sehr sehr gut verteidigen ähm stellt ihr eben auch hier wieder her eben die könnt ihr euch immer anschauen die Crafty Rezepte ja das Eisen das Vampirzeug ist halt nötig würde sagen wir ziehen uns einfach mal ein ziemlich cooles Set aus dem Kreativ weil wir es können und die beste Rüstung ist die hier mit elf Rüstungspunkten auf der Chessplate ich würde sagen wir holen uns mal Hunter mäßig die hier die Hunter Code Leggings scheint man nicht upgraden zu können okay aber den ganzen Stuff hier schauen wir mal wie das aussieht ich habe jetzt halt noch meine Rüstung deswegen bringt es mir nichts wenn ich jetzt die anziehe wie sehe ich dann aus finde ich ziemlich kacke also was Rüstung und Models angeht könnten die Mod Autoren noch mal ein bisschen eine Schippe drauflegen ich zeige einmal noch kurz jetzt die Ultimate Obsidian Rüstung die beste Version also die sehen die sehen ziemlich geil aus ja noch sehr 2012 mäßig wenn ihr wollt dann könnt ihr euch die eben machen bin ich kein Fan von ich habe lieber meine gute alte Drachen Schuppen Rüstung aus der Ice and Fire Mod also wenn ihr eben dann Technology habt könnt ihr euch diese Auto Crossbows herstellen da braucht ihr dann zum Beispiel nehmt jetzt mal die normalen Pfeile die sind ein bisschen insane wenn wir hier so Neals haben hallo gehen jetzt ab können wir ihn damit lasern ich glaube nicht dass er dadurch viel Damage kriegt ähm ja ach stimmt der ist jetzt leer achso ich bin kreativ deswegen jetzt im Survival eben geht der leer ähm wenn ihr eben den leer habt müsst ihr euch immer diese Arrow Bundles machen oder diese Clips wie heißen die Dinger for life ja die Crossbows die sind absolut kacke da bin ich kein Fan von ähm eben da könnt ihr einmal diese Dinger machen und dann das damit auffüllen wir machen das jetzt einmal kurz habe ich alles da was ich für die Dinger brauche Clip Arrow Clip herstellen ja diese Fledermäuse machen übrigens auch noch andere Spieler blind und jetzt können wir mit dem Ding einmal den Crossbow laden und der hat dann immer die 12 Pfeile da drin ja und dann können wir eben damit einmal versuchen die richtige Fledermaus zu erwischen welche ist am Schnaufen die da hinten ist halt schon wieder leer also die Crossbows to be honest bin ich echt kein Fan von ja ja ich krieg einfach von seinen Thorns Damage ähm bin ich kein Fan von ohne Witz ähm aber was nützlich ist ist dieses Ding hier und zwar könnt ihr jeden Vampir der weniger als 200 HP hat von hinten one hit da rennt er da rennt er auf einmal da rennt er auf einmal das ist der einzige nützliche Skill den ihr habt da rennt er auf einmal ja komm doch Nils wenn ihr den habt nehmen euch die Vampire wieder ernst aber ja gut wenn ihr unsichtbar seid könnt ihr halt keine Blöcke bauen und so bisschen nervig aber damit werdet ihr ernst genommen hat jetzt ernsthaft Slash Kill gemacht du kannst es nämlich nicht so full Dragonsteel Rüstung tot einfach tot ja bringt dir gar nichts das ist das einzige das einzige was ihn irgendwie stoppen kann ist diese Fähigkeit dann gehen wir jetzt hier einmal durch zack 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 holen uns einmal die ganzen mittleren Pfade das ist hier einmal dann der also wir haben hier einmal den Schmied würde ich jetzt mal nennen der die ganzen Waffen und Rüstung herstellt und jetzt haben wir hier noch den Cauldron und den Potion Table genau den habe ich noch nicht gelernt deswegen kann ich nicht benutzen den hier habe ich gelernt das war ja der in der Mitte das haben sie geändert früher war der hier drüben aber jetzt muss man den hier schon lernen für die ganzen einfachen Basic Rüstung Waffen und jetzt haben wir eben den Potion Table also das heißt wir können hier einmal hingehen und machen uns den kann man sowieso nutzen das ist jetzt sogar meiner funktioniert wie jeder andere Potion Table auch wenn ihr ja nicht wisst wie der funktioniert schaut ihr einfach kurz in dem Guide nach also hier seht ihr einmal noch das Crafter Rezept von dem Ding relativ easy 3 Flaschen und es ist halt besser als ein Brewing Stand man kann jetzt hier die Tränke die normalen Tränke nehmen und eben verbessern mit Redstone Blöcken statt mit Redstone Dust Vampir Blut und dann zum Beispiel 80 Minuten Strength Pausen Strength Wrench wie sprechen wir das überhaupt Stärke Trank halt selbe mit Glowstone könnt ihr eben Stufe 2er oder glaube ich sogar ja genau Stufe 3er Tränke dann machen also ich muss sagen das haut mich jetzt nicht so um weil Tränke benutzt eh keinen Sau also also ohne Witz wer benutzt Tränke dann schauen wir uns jetzt den letzten Skill Tree an das wäre einmal Trunkshaming ja ist so auch das hier ob es jetzt so bringt weiß ich jetzt auch nicht ähm den letzten Skill Baum also das hätten wir die nochmal zack 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 dann haben wir hier einmal den Paldrum und dann haben wir hier diesen Garlic Diffuser der ist glaube ich ziemlich cool muss ich gleich mal ausprobieren wie sehr der für Nils nervig wird dann haben wir das Enhanced Holy Water und das Purified Garlic das schauen wir uns auch ähm gleich mal an und ja als erstes würde ich sagen schauen wir uns jetzt mal diesen diese Alchemy allgemein an was steht denn hier im Buch dazu ja ok also hier unten Brennstoff und dann kann man hier draus zum Beispiel das Alchemical Fire machen ah man sieht sogar wie das der hier unten noch ein bisschen am Brennen ist ähm ok und das können wir jetzt hier einfach so rechts klicken mhm wir kriegen kein Damage ok Frage wie stellt man diese Holy Water Dinger überhaupt her also ich muss sagen dieses Laborfeeling ist schon cool so ich habe hier übrigens ein Texture Pack nicht wundern ähm finde ich schon nett dass man hier dieses Gefühl bekommt in so einem mittelalterlichen Keller zu stehen und irgendwelche Sachen zusammen zu mixen fühle ich schon aber so Gameplay mäßig ist das halt anders kacke ihr wisst was ich meine also wir bekommen jetzt hier das Blessed Salt Water mhm und das Ding können wir jetzt hier zu Holy Water machen ah und wenn ich mir jetzt hier den Skill holen würde würde ich Enhanced Holy Water bekommen genau kann ich das auch noch verbessern nein ok so das könnte ich zu einer Splash Bottle machen hier könnte ich diese Dinger draus craften ok ach und aus Wasser und Knoblauch bekomme ich das Salz boah ist das kompliziert das Ding und das Ding sollte ja uns ein Kern für diesen Garlic Diffuser geben den wir dann gleich für das Crafting Rezept brauchen zack und das Ding mit dem jetzt schon mit dem Enhanced ne da braucht man das Ultimate Holy Water gibt uns dann ja den verbesserten Core und ich kann dieses ich kriege aus dem Enhanced das Ultimate ist mir hier irgendwie nicht ersichtlich perfekt dann können wir das hier aufstellen und funktioniert der jetzt schon muss ich da jetzt Knoblauch reinschmeißen ne müssen wir noch mal ein Buch nachlesen ich bin mal gespannt ob mein Bildschirm rot wird so ach jetzt kommt das Purified Garlic raus ok alles klar so und damit kann ich den jetzt boosten Blindness ok gut immerhin etwas aber warte mal ich habe den Skill nicht aktiviert jetzt genau ihr seht es mein Bildschirm ist leicht rot weil Nils in der Nähe ist je näher ich an ihn rangehe desto roter wird's und wenn ich weggehe Nils fliegt mal bitte kurz weg dann sollte das Rot hier langsam wieder verschwinden weil so merkt man quasi wenn ein Vampir ein Spieler ist und zum Beispiel seine Augen verstecken würde dass die ja genau jetzt ist das Rot weg da weiß ich bin safe ob es das jetzt bringt ist die andere Frage meiner Meinung nach nicht weil ich weiß wenn Nils neben mir steht wenn ich die jetzt machen müsste natürlich die ersten hier dann würde ich hier hingehen den also Disguise auf jeden Fall hier würde ich den schnelleren Attack Speed nehmen dann Enhanced Weapons oder Enhanced Crossbows da würde ich schon die Weapons nehmen die Crossbows hauen mich nicht so um dann die Armor die Technology und den Steak das ist halt wichtig wenn man mit Nils spielt dann das hier bringt es mir halt null Null ich benutze keine Tränke ähm ja also davon gar nichts und dann würde ich hier einfach sagen nehmen den Cauldron dann nehmen wir den Diffuser dass wir das Ding hier haben hier holen wir uns das Enhanced Water ah könnte sein dass wir das Ultimate nur bekommen wenn wir traden müssen wir gleich mal ausprobieren ja dann machen wir uns das hier so das ist so mein Skill Baum als Hunter hier steht es man kann es als Tasks bekommen ah ok jetzt einmal die normale die kann man wahrscheinlich herstellen genau aus Obsidian und allem bekommt man die normale dann die Enhanced kann man auch noch herstellen wenn man Enhanced Armor hat genau und die Ultimate kann man nur als Quest bekommen und bei dem ist wahrscheinlich genauso die Code äh Sachen kann man noch craften die Enhanced Code Dinger kann man craften wenn man die Enhanced Armor hat und die Ultimate kannst du nur bekommen die kannst du nicht craften ok 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 das ist dann wahrscheinlich auch beim Heart Seeker und so weiter so bei der Hunter X dass du nur die Enhanced Sachen craften kannst und den Rest kannst du nur finden mhm ein weiterer wichtiger Teil dieser ähm Vampirism Mod ist die Interaktion mit Dörfern hier ist jetzt schon einiges kaputt gegangen bei dem Dorf ich weiß nicht ob hier überhaupt noch Villager drin wohnen aber wir können das Dorf von einer Fraktion einnehmen ihr könnt es als Hunter einnehmen oder als Vampir und dann auch jeweils immer zurückerobern das heißt ihr macht einfach auf so ein Totem Village Totem rechtsklick und dann wird das Dorf quasi angegriffen wenn es ein Vampir Dorf ist ähm werden halt Vampire das verteidigen und Hunter angreifen oder halt andersrum ihr seht oben die Bar wie bei einem Raid die lädt sich auf da jetzt hier niemand war der es verteidigt ähm ja ist hier relativ wenig los da hinten lebt tatsächlich noch ein Villager genau also wenn man dann das Dorf eingenommen hat bei mir ist jetzt die Leiste oben noch verpackt aber ich bin jetzt in einem zweiten Dorf das hier ist eben von Huntern eingenommen dann spawnen hier die ähm neben den normalen Villagern auch diese Hunter Experts zum Beispiel den könnt ihr Vampirseelen verkaufen die droppen die Vampire manchmal ab und zu ich mache jetzt einfach mal aus Vorführgründen was die so alles für Trails haben hol ich mir mal so ein paar Seelen so machen wir mal ein paar also die sind äh sehr teuer die Typen hier schauen wir jetzt mal rein also der will hier die Dinger schön und dann nochmal schauen was er als nächstes freischaltet die funktionieren wie normale Villager hier kriegt man eben dann wahrscheinlich auch die Rüstung als ob man da immer nur eins kaufen kann haben die eine Workstation ich wills hoffen ansonsten weiß ich nicht wie die ihre Angebote wieder auffüllen die hier sind jetzt neu seit der 1 16 oder 15 ich weiß es nicht es gibt jetzt diese Hunter Representatives einmal für Vampire in Vampir Dörfern oder halt in den Hunter Dörfern und den Huntern und jetzt werde ich hier von ein paar Mobs angegriffen vielen Dank dafür und ich habe einen insane schnellen Attack Speed das ist sehr angenehm und bei den Leuten können wir Tasks annehmen der labert uns ja nochmal zu und dann könnt ihr ja mal gucken was die wollen der will jetzt 10 Skelette und dann kriege ich Chainmail Boots hier bekomme ich wenn ich 2 gegnerische Dörfer einnehme 10 Vampir Blut oder wenn ich dem das Gold zahle die Dinger einnehme was bekomme ich dann dann werde ich ein Hunter Lord das ist halt ziemlich chillig weil ich dann Minions annehmen kann ich mache es jetzt einfach mal das heißt wir bringen dem 3 feindliche Dörfer und töten 50 Vampire wir akzeptieren die Task und dann nehmen wir mal 3 Vampir Dörfer ein Nils wie schaut es aus kann ich euer Vampir Dorf da drüben ach ne Nils greift jetzt sogar mein Dorf hier an ok passt dann kann ich das jetzt einmal zeigen wie das abgeht hier spawnen jetzt die normalen Vampire und gleich auch noch die Hunter ihr seht es die jetzt hier verteidigen und ich lasse jetzt einfach mal kurz gewinnen weil das für mich besser ist weil ich dann das Dorf wieder zurück einnehmen kann ich hoffe er muss den Representative dafür nicht killen die Task habe ich überall oh das ist wichtig die ist ah dann kann ich zu verschiedenen Representatives gehen das ist cool ja genau nearby village has been captured by vampires jetzt ist das Ding ein Vampir Dorf das heißt ich glaube Vampire können hier sogar dann tagsüber rumrennen das ist ziemlich praktisch für die Vampire und hier spawnen nach und nach diese äh cursed Blöcke auf dem Boden also der Boden wird so schwarz dann so und jetzt muss ich eben für meine Quest jetzt oh jetzt haben wir hier einmal ein Vampir Trader mit dem kann jetzt Nils eben traden das ist der Representative nur eben für Nils statt für mich hier kann Nils jetzt der Vampir Lord werden und ich der Hunter Lord wenn ihr dann die drei Dörfer graded habt und insgesamt die ganzen Vampire gekillt und die euer Gold im Inventar habt dann könnt ihr hier einmal Submit drücken und dann werdet ihr quasi zum Hunter Lord erklärt jetzt haben wir hier schon den nächsten Schritt ähm als Lord können wir verschiedene Level haben bis zu 5 das steht auch nochmal hier im Buch mit drin ähm ja wir sind jetzt erstmal der Leutnant dann der Captain, dann der Major, dann der Kolonel und zum Schluss der Brigadier und eben die 5 Level können wir immer machen jeweils haben die hier ein Task wir haben jetzt hier 50 Kills müssen wir machen und nochmal Gold zahlen dann werden wir Lord Level 2 außerdem hier seht ihr jetzt kriegen wir zum Beispiel diese Ultimate Chestplate von dem Typen hier ein bisschen Vampir Blut hier nochmal Ultimate Boots also unser Loot wird auch besser je höher wir sind so wir sind jetzt Hunter Lord Level 1 und was wir jetzt brauchen um diese Fähigkeit auch auszunutzen sind Minions das heißt normale Hunter und zu denen können wir gehen mit einem Item das sieht so aus das Equipment for Hunter Minion und die können wir nur als Quest quasi bekommen das heißt wir müssen jetzt ein paar Aufgaben für diesen Typen hier machen dann bekommen wir eine Quest wo dann Belohnung eben so ein Item da ist so ein Equipment und dann können wir die eben upgraden aber wir brauchen jetzt erstmal hier die Kills und dann noch das Gold ha 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 der ist two hin mit der Axt wuuu ha 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 geil ha 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 Über meiner Leiste steht jetzt, ähm, was war's? Leutnant? Ja. Leutnant. Ich sehe gerade auch, man kann sich auch das Purity-Blood herstellen. Mit einem normalen Vampir-Blut und einem Purity-4-Blatt bekommt man das eine Stufe drunter. Das ist ziemlich cool. Das heißt, ich kann hier Zweier herstellen. Hier Dreier. Und hier eben Vierer aus einem Fünfer. Ah, ja. Aber das Fünfer verbraucht's dann. Okay, ist das nicht so geil. Gut, also das hätten wir abgeschlossen. 15 Kills. Das hier sind wir noch dran. Was brauchen wir hier? Advanced Kills, Baron Kills und Gold. Okay. So, das hier haben wir auch. Submit. Jetzt können wir hier Lord Level 3 werden. Nochmal Kills. Also, ihr seht's, hier kann man sich dann so hochleveln. Jawohl. Ich würde sagen, ich mach das mal. Auf die maximale Stufe. Und dann zeige ich euch, wie die Minions funktionieren. Ich hab jetzt alle Tasks abgeschlossen, die ich machen kann. Und ihr seht's über meinem Namen. Ich bin der Brigadier oder Brigadier oder Brigadier oder was weiß ich, wie man das ausspricht. Und dann sagt er uns auch, wir haben keine Tasks mehr verfügbar. Ähm, ich hab jetzt schon ein Minion mir rangeholt. Und zwar kann ich den jetzt auch rufen. Und dazu könnt ihr bei Controls euch hier eine Taste nochmal festlegen. Das ist Key Vampirism Minion Task. Ich hab's mir auf H gelegt. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und dann, wenn ihr die Taste eben drückt, kommen hier die verschiedenen Tasks, die ihr eure Minion geben könnt. Ich hab meinen jetzt grad Buddeln geschickt. Ich würde sagen, wir rufen den jetzt mal her. Zick. Und ja, da ist er. Wie funktioniert der? Der hat jetzt hier sein kleines Inventar, in dem er gebuddelt hat und ein paar Sachen hat. Wir haben hier die Waffen und ein Schild in diesen beiden Slots hier drüben. Und die Rüstung von ihm hier oben. Wir können ihm hier auch Direkt Tasks geben. Ich mach jetzt mal auf Follow. Und wir haben hier, können wir seinen Skin ändern. Oder zum Beispiel ihm auch sagen, dass er unseren Skin nehmen soll. Und dann hat er auch noch den Name Tag eben und die verschiedenen Hunter zur Auswahl hier mit diesen Hüten. Genau. Ähm, ja an sich kann ich dem jetzt auch einfach sagen, Defend Lord. Das heißt, er verteidigt jetzt mich. Ähm, was gibt's noch? Ach, Follow ist logisch. Stay here, dann bleibt er eben hier. Defend Area, dann verteidigt er diesen Bereich hier, wo er jetzt gerade steht. Collect Resources, dann geht er eben weg und buddeln. Respawn Dead, das ist sehr praktisch. Da kann man die toten Minions wieder beleben. Und hier, wenn man mehrere hat, kann man die alle rufen. Oder hier eben nur den einzelnen rufen. So, ich würd sagen, wir gehen jetzt einfach mal hin und machen uns noch ein Minion. Aus dem Kreativ. Das heißt, wir haben hier diese, ähm, ja Equipments für die Minions. Und dann eben auch noch die Level-Ups. Die zu bekommen, bekommt ihr auch bei diesem Hunter-Typen da. Bei dem Representative. Das heißt, ähm, wo ist er jetzt hingerannt? Ins Haus, genau. Manchmal habt ihr dabei eben Tasks von dem, von dem Typen. Und dann, jetzt haben wir zum Beispiel Cleansing. Das heißt, wir könnten Vampire töten. Und manchmal taucht hier halt eine auf, wo ihr dann diese, ähm, Equipment-Dinger bekommt. So, ich würd sagen, wir upgraden jetzt den Jungen mal. Ähm. Achso, ich bin jetzt hier in Kreativ. Genau, theoretisch haben wir jetzt hier eben zwei von sieben. Das heißt, wir können jetzt hier irgendwo Plus drücken und seine Sachen verbessern. Wir könnten ihm mehr Inventarplatz geben. Wir könnten ihm das Leben erhöhen, seinen Schaden oder seine Effizienz. Ich würd sagen, wir erhöhen mal seine Attack-Damage. Genau, und jetzt können wir den hier nochmal upgraden. Oder? Can't use this update. Ah. Wait a minute. Kann man irgendwo sein Level sehen? Jetzt ist er doch bei drei von sieben schon. Hm, ich glaub, da war grad was kaputt. Genau, jetzt krieg ich ihn nochmal hoch. Und jetzt, ähm. Muss ich ihm vielleicht erst die Tasks auswählen. Ich bin jetzt grad unsicher. Wir probieren nochmal Attack-Damage. Nochmal Attack-Damage. Dann ist er jetzt der absolute Boss. Ähm. Brauch ich jetzt nochmal das Goldene? Ähm. Ach so. Ah, jetzt check ich's. Dann brauch die immer zweimal. Für Level zwei und drei. Ich dachte, das heißt für Level zwei auf drei. Ah, okay. Also für Level zwei und drei brauchen wir das Silberne. Oder, ja. Für Level vier und fünftes. Und für Level sechs und sieben brauchen wir das. Das heißt, man braucht jedes Update quasi zweimal. Ah, kann die sogar stacken. Natürlich. Ähm, okay. Also die Dinger sind ein absoluter Krampf zu bekommen. Weil diese Hunter-Typen, die als, ne, die Representatives, die haben die nicht immer. Der hat jetzt hier grad so eine Vampir-Quest. Die ist ziemlich cool. Ein paar Dias verdient. Einer. Ähm. Aber jetzt, eben jetzt hat er Level fünf, wenn ich richtig weiß. Jetzt ist er Level sechs und jetzt ist er Level sieben. Okay. Nice one. Also wir können ihn jetzt hier mal richtig hoch leveln. Sein Max Health. Das heißt, wir können nur diese Sachen leveln. Er ist jetzt der OP-Typ im Kampf. Weil er viel Leben hat und viel Attack-Damage. Aber er könnte eben auch zum Buddeln einsetzen. Dann macht er dem halt Inventar. Und, ähm, ne, dann kriegt er diese Slots hier und die Effizienz hoch. Und, genau, an sich würde ich sagen, holen wir uns noch einen Minion ran. Ihr müsst da einfach zu diesen, äh, Zelten gehen von den Huntern. Und da schauen, ob da so ein Random spawnt. Wenn dann endlich mal einer gespawnt ist, ja. Dann macht ihr mit diesem, ähm, Equipment for Hunter Minion, was ihr eben von dem Typ da bekommen habt, ein Minion. Der schrumpft da ein bisschen zusammen. Sagt hier noch, ja man, ich find's cool, dass ich für dich arbeiten darf. Und dann haben wir hier den zweiten Minion. Wir können ihm jetzt hier sagen, das ist der Minikai 2. Ähm, Skin-Typ gibt's hier ganz viele. Wir machen jetzt einfach mal irgendeinen, keine Ahnung. Den, ihrer oder so. Dann ist der Steve. Der Dreier ist der Typ. Und der Hut gibt's halt die drei verschiedenen. Keine Ahnung, wir machen mal den Einser. So, jetzt können wir ihm sagen, ähm, Current Tasks. Was macht er? Gerade nix. Das geht natürlich gar nicht. Ähm, folgt mir mal. So, dann hat er keine Waffen, keine Rüstung natürlich und kein Inventar. Und jetzt können wir ihn hier auch wieder gleich upgraden. Unser Drachi schläft jetzt hier auch schon. Du bist jetzt auf Follow. Und ich kann ihm jetzt auch allen gleichzeitig Tasks geben. Jetzt folgen sie mir beide. Ich kann jetzt zum Beispiel zum beiden sagen, äh, Stay here. Wenn ich jetzt hier rumlaufe, bleiben eben beide da. Jetzt könnte ich denen auch sagen, Follow. Na, wo ist es? Defend Lord hier, Follow. Genau, jetzt kommen beide angerannt. TP'n sich auch. Also wie Pads einfach nur. Dann könnte ich ihm hier auch sagen, du ignorierst globale Commands. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ähm, den sag, Stay, dann bleibt nur der zweite stehen, weil ich ihm gesagt habe, er ignoriert alle Global Tasks. Dann ist der hier, der akzeptiert die Global Tasks. Das heißt, die, die ich hier über das Rad mache. Und, ähm, wenn ich jetzt sag, Follow, dann kommt er auch wieder. Und er folgt sowieso schon. Und ich könnte jetzt auch hier zu ihm wieder das entlocken. Und dann sagen, geht mal beide buddeln. Zack. Und dann TP'n sie sich weg. Und ich weiß auch gar nicht, wo die die Ressourcen herbekommen. Ich glaube, die sind einfach weg. Und wenn man sie wieder ruft, dann haben sie halt zufällig ein bisschen Stuff dabei. So vermute ich mal, funktioniert das. Ähm, ja. Ja, genau. Bei den Vampiren funktioniert das ganz genauso. Ich kann euch hier einmal nochmal das zeigen. Add Vampire. Nee, Add Vampirism. Ihr habt nur nicht diese, ne, komischen Equipments, sondern als Vampir gibt es diese Scrolls, die ihr eben auch von eurem Representative dann bekommen könnt. Auch in vier Stufen wieder. Also die normale. Und dann die Upgrades. Außerdem, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der Feeding Adapter. Der ist auch neu. Okay, den bekommt ihr auch als Task. Ähm, wenn ihr ein Level-4er-Typ seid. Da kann man einen Blutcontainer in seinem Inventar haben. Irgendwo. Und wenn man diesen Adapter in der Hotbar hat, füllt der einem die Hungerkolben auf, wenn man damit rechts klickt. Ohne dass man halt das Ding immer, ja, placen muss. Und eben, man muss dafür Level-4 sein. Das ist ziemlich cool. Ähm. Ich glaube, die Hunter haben gar nicht so ein, ähm, Item, was einen so einen krassen Vorteil bringt. Wir haben halt, ähm, nur diese normalen Equipments. Aber jetzt hier nichts anderes. Naja, aber die Vampire haben auch eben ständig Durst. Und wir haben halt unser stinknormales, langweiliges Essen. Okay. Ich würde sagen, alter, Dreckskelett, stirb, Dracarys. Abflug. Wir sind am Ende von diesem Guide. War ein sehr, sehr langes Video. War auch sehr aufwendig. Habe jetzt seit drei Tagen drangesessen. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch geholfen. Oder ihr konntet die Mod mal kennenlernen, wenn ihr sie noch nicht kanntet. Und ja. Dann würde ich mich gerne über ein Like freuen, wenn es euch tatsächlich was gebracht hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Und ciao, Leute.